Moin, willkommen am Bahnhof Leipzig-Halle-Flughafen. Hier halten überwiegend die S-Bahnen der Linie S5 und S5X, sowie ein Teil der Intercity-Züge zwischen Halle und Leipzig. Es gibt hier zwei Gleise für die durchfahrenden Züge und zwei Gleise mit Außenbahnsteigen für die S-Bahnen und die ICs, die hier halten. Die Schnellfahrstrecke ist direkt neben der Autobahn zwischen Halle und Leipzig gebaut. Entsprechend ist es hier ziemlich laut. Die S5 nach Leipzig und weiter nach Böhlen kommt an. Die S5 nach Leipzig-Halle-Flughafen Die S5 nach Leipzig-Halle-Flughafen Über den beiden Außenbahnsteigen gibt es diese Bahnsteigdächer, die an Sonnensegel erinnern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine S-Bahn in Richtung Halle. Oberhalb der Gleise kann man auch zu Bussen umsteigen. Auf der anderen Seite der Flughafenallee steht diese schön aufgearbeitete Ilyushin IL-18. Untertitelung des ZDF, 2020 Und noch eine S-Bahn nach Halle bei der Einfahrt aus Richtung Leipzig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit diesen Aufnahmen sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020